Habt ihr Fragen an eure neue Mitschülerin? Wohnt ihr jetzt in dem Haus hinter den Gleisen, oder? Ja, dann sind wir Nachbarin. Die sterblichen Überreste der vermissten Jugendlichen Rebecca Day aus Saint-Bavidère wurden heute gefunden. Hallo ihr zwei. Das mit deiner Freundin tut mir leid. Ist das wirklich eine gute Idee, wenn ihr allein unterwegs seid? Macht keine Dummheiten. Ich war schon mal hier. Da hat dieses Ding mich verfolgt und... Ich glaube, ich habe einen Monster gesehen. Es ist die Rede von einem Berglöwen. Das war kein verdammtes Tier. Das war ein Monster. Sie hat es gesehen. Sag es ihm. Ich habe einen Monster gesehen. Es ist, als ob ihr einen Teil von euch hervorruft. Jetzt ist er frei, um euch tapfer zu machen. Und stark für das Monster. Das heißt, wenn es kommt, dann... Ihr könnt kämpfen. Fühlst du dich komisch? Das war so krass. Ich habe mich brutal erschreckt. Ich will das hier nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das gut ist, was hier gerade aus uns wird. Lauf weg! Was habt ihr getan? Was habt ihr gegner getan? Wir sollten weglaufen. Raus aus dieser verdammten Stadt. Helft mir, Freunde. Betet für diese Mädchen. Game. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020